Durch den Einsatz logischer Operatoren haben wir die Möglichkeit, mehrere Vergleiche miteinander in Beziehung zu setzen. Was das genau bedeutet und wieso das so praktisch ist, wirst du in diesem Video erfahren. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Hendrik und das ist der zwölfte Teil unseres Python-Crash-Kurses. Im bisherigen Verlauf dieser Tutorial-Reihe hast du ja schon einige Operatoren kennengelernt. Da werden zum einen die arithmetischen Operatoren, zu denen unter anderem der Plus-, Minus-, Malt- und Geteilt-Operator zählen. Ebenso hast du schon die Gruppe der Vergleichsoperatoren kennengelernt. Gerade im Kontext von If-Anweisungen kann man diese sehr nutzbringend einsetzen, da man mithilfe dieser Bedingungen bauen kann. Das haben wir in den letzten beiden Videos schon anhand von Beispielen gesehen. In diesem Video möchte ich dir nun noch eine weitere Gruppe von Operatoren vorstellen, nämlich die sogenannten logischen Operatoren. Bevor ich dir die einzelnen Vertreter der Reihe nach vorstelle, schauen wir uns aber zuerst mal ein kleines Beispiel an, welches demonstrieren soll, wieso diese logischen Operatoren ganz praktisch sind. In diesem Beispiel habe ich jetzt mal eine ganz simple Lotterie programmiert. Und zwar wird am Anfang einfach nur ausgegeben, willkommen zur Lotterie. Dann werden vom Nutzer drei Zahlen eingelesen. Das bedeutet, er wird dazu aufgefordert, eine Zahl zwischen 1 zu 49 einzugeben und das eben dreimal hintereinander. Und die werden dann in drei entsprechenden Variablen gespeichert. So und wir als Lotteriebetreiber haben jetzt quasi schon drei Gewinnzahlen gezogen. Gewinnzahl 1 ist die 3, Gewinnzahl 2 die 14 und Gewinnzahl 3 die 23. Und mit Hilfe eines IF-ELS-Konstrukts möchten wir jetzt eben prüfen, ob der Nutzer die korrekten drei Zahlen getippt hat. Und nur wenn der Nutzer alle drei Zahlen richtig getippt hat, dann soll ausgegeben werden, herzlichen Glückwunsch, du hast die Lotterie gewonnen. Und in allen anderen Fällen soll eben ausgegeben werden, du hast leider verloren. Und wie du schon sehen kannst, habe ich diese Bedingungen jetzt folgendermaßen abgefragt. Und zwar habe ich mehrere IF-ELS-Konstrukte ineinander verschachtelt, weil wir eben das Problem haben, dass wir mehrere Bedingungen haben, die wir prüfen müssen. Zunächst müssen wir mal prüfen, ob die erste Zahl richtig ist. Wenn das der Fall ist, naja, dann hat er ja noch nicht gewonnen. Dann müssen ja auch noch die beiden anderen Zahlen geprüft werden. Das heißt, ich muss hier drin nochmal eine IF-Anweisung reinsetzen und da eben dann Number 2 prüfen, ob die gleich 14 ist und mit Number 3 das Gleiche. Und für jede IF-Anweisung, die ich hier jeweils programmiert habe, benötige ich dann noch einen separaten ELS-Zweig, weil der ELS-Zweig eben sich immer nur auf ein IF bezieht und nicht auf alle gleichzeitig. Sprich, dieser ELS-Zweig gehört zu diesem IF, weil es eben auf der gleichen Höhe steht. Dieser ELS-Zweig gehört zu diesem IF und zu diesem IF hier oben gehört eben dieser ELS-Zweig. Und wir können mal testen, ob das Programm überhaupt so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Also die Gewinnzahlen sind 3, 14 und 22. Ich gebe jetzt mal alle drei Zahlen bewusst richtig ein. 3, 14, 22. Und wie wir sehen, herzlichen Glückwunsch, du hast die Lotterie gewonnen. Jetzt führen wir das Programm nochmal aus. Ich gebe mal die 3 richtig ein, die 14 richtig ein, aber die letzte Zahl, naja, da tippen wir mal die 27, was ja offensichtlich falsch ist. Und wie du siehst, du hast leider verloren, wird ausgegeben. Und bei allen Kombinationen, wo wir eben jetzt nicht die richtige Zahl eingeben, zum Beispiel 3 mal die 1, kommt halt jetzt immer, du hast leider verloren. Das Programm funktioniert also so schon mal. Aber wie du sehen kannst, ist das Ganze hier schon sehr unübersichtlich, denn wir haben ja aktuell drei IF-Anweisungen, die ineinander verschachtelt sind. Und zu jedem IF-Zweig gibt es dann wieder einen zugehörigen ELS-Zweig und so weiter. Viel schöner und übersichtlicher wäre es jetzt also, wenn wir diese komplexere Bedingung mit Hilfe von nur einer einzigen IF-Anweisung umsetzen könnten. Und genau hierbei helfen uns jetzt eben die logischen Operatoren, da wir durch diese mehrere Bedingungen miteinander verknüpfen können. Schauen wir uns zunächst mal diese Tabelle hier an, in welcher die logischen Operatoren samt Beispiel aufgelistet sind. Genau wie die Vergleichsoperatoren resultieren auch die logischen Operatoren nach der Auswertung wieder in einem Wahrheitswert, der also entweder true oder false sein kann. In der ersten Zeile sehen wir jetzt mal das logische Oder. Anhand des nebenstehenden Beispiels kann man die Funktionsweise dieses Operators ganz gut erläutern. In diesem Beispiel sehen wir zwei Klammern, in welchem sich jeweils ein Ausdruck befindet. Und beide Klammern sind über ein logisches Oder miteinander verknüpft. In den Ausdrücken innerhalb der Klammern sehen wir wieder die Anwendung unterschiedlicher Vergleichsoperatoren. So, nun aber zur Funktionsweise des logischen Oder-Operators. Zunächst werden die beiden Ausdrücke innerhalb der beiden Klammern ausgewertet. Da es sich bei beiden Ausdrücken wie gesagt um Vergleiche handelt, erhält man bei beiden Ausdrücken als Ergebnis entweder true oder false. Und der logische Oder-Operator prüft nun, ob mindestens einer der beiden Ausdrücke true ergibt. Falls nur einer der beiden Ausdrücke true ergeben sollte, so liefert der logische Oder-Operator als Gesamtergebnis ebenfalls true zurück. Deshalb heißt der Operator ja auch logisches Oder, denn wenn lediglich einer der beiden Operanten true liefert, also der eine oder der andere, wird das logische Oder ebenfalls zu true ausgewertet. Falls beide Operanten, also in diesem Fall sowohl a kleiner b, als auch c gleich d, true zurückliefern, so liefert das logische Oder ebenfalls true zurück. Nur wenn beide Operanten false sind, dann wird das logische Oder ebenfalls zu false ausgewertet. In der nächsten Zeile sehen wir das logische Und. Wenn der Rückgabewert hier true ergeben soll, dann müssen beide Operanten, also in diesem Beispiel sowohl a kleiner b, als auch c gleich d, true zurückliefern. Wenn nur einer der beiden Ausdrücke false ergibt, so wird der Gesamtausdruck durch das logische Und ebenfalls zu false ausgewertet. Und falls beide Operanten false sind, dann liefert das logische Und ebenfalls false zurück. In Zeile 3 siehst du jetzt noch das logische Nicht, welches mit Not dargestellt wird. Die logische Negierung negiert immer den nachfolgenden Ausdruck. Sollte eine Behauptung beispielsweise true sein, so ist diese unter Anwendung der logischen Negierung oder des logischen Nichts, das sind beide Synonyme, die man dafür verwenden kann, eben false. Umgekehrt gilt das gleiche, wenn die Behauptung false wäre, würde das logische Nicht-True zurückliefern. Soviel jetzt mal zur groben Theorie bezüglich dieser Operatoren. In der Praxis setzt man sie jetzt dazu ein, um komplexere Vergleiche zusammenzubasteln. Das aktuelle If-Else-Konstrukt in unserem Beispiel mit diesen ganzen Verschachtelungen können wir jetzt dank der logischen Operatoren mit nur einem If-Else nachbauen, und zwar ohne, dass da noch irgendwelche reinverschachtelt sind. Und das würde jetzt folgendermaßen aussehen. Ich schreibe das jetzt einfach mal drunter, dass man dann gleich noch den Vergleich sehen kann. Ich schreibe hierzu einfach If, dann schreibe ich den ersten Vergleich hin, also die erste Bedingung. Number 1 ist gleich 3. Das ist quasi die Bedingung aus dem ersten If hier. So, und jetzt möchte ich direkt das mit der zweiten Bedingung kombinieren. Und die soll ja ebenfalls erfüllt sein. Das heißt, ich benutze das And, weil beide Bedingungen erfüllt sein müssen und nicht nur eine von beiden. Müsste nur eine von beiden erfüllt sein, könnte ich auch das logische Oder hinschreiben. Ich möchte aber, dass beide erfüllt sind, also schreibe ich das logische And hin, also das logische Und. Und hier sage ich jetzt einfach Number 2 ist gleich ist gleich 14. So, und jetzt haben wir auch noch eine dritte Bedingung, nämlich Number 3 ist gleich 22. Und auch diese soll erfüllt sein mit allen gemeinsam zusammen. Das heißt auch hier wieder das logische Und. Und dann sagen wir eben Number 3 ist gleich ist gleich und dann 22. So, und wenn das der Fall ist, naja, dann soll eben ausgegeben werden, herzlichen Glückwunsch. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann soll eben das Print hier ausgegeben werden. Du hast leider verloren. Und mit diesem If-Else-Konstrukt haben wir jetzt das ganz gleiche nachgebaut, was wir hier sehen. Und ich denke, du siehst, das hier ist wesentlich kompakter hier unten als das hier oben. Und das ist auch sehr unübersichtlich, weil eben alles ineinander verschachtelt ist. Deswegen können wir das jetzt hier einfach direkt mal weglöschen, da das Programm so genauso funktioniert wie zuvor. Testen wir es direkt mal. Ich führe das Programm aus, gebe die richtigen Zahlen ein, 3, 14 und 22. Wir sehen, wir haben die Lotterie gewonnen. Das funktioniert. Und wenn ich irgendwelche falschen Zahlen eingeben sollte, zum Beispiel 3 mal die 1, dann haben wir verloren. Und du kannst es jetzt bei dir zu Hause auch noch mit sämtlichen Kombinationen testen. Es sollte immer korrekt ablaufen. Gehen wir auch hier jetzt noch mal ganz kurz durch, wie dieses logische And jetzt hier drin innerhalb dieses komplexen Ausdrucks hier funktioniert. Zunächst mal werden die einzelnen Teilausdrücke ausgewertet. Also zum Beispiel einmal hier Number 1 ist gleich ist gleich 3. Da kriegen wir jetzt irgendeinen Wahrheitswert zurück. Also entweder ist das True oder es ist eben False. Genauso wird dieser Ausdruck ausgewertet. Entweder ist er True oder er ist False. Und wenn diese beiden Ausdrücke, also dieser hier und dieser ausgewertet wurde zu einem Wahrheitswert, naja, dann wird jetzt dieser Gesamtausdruck hier ausgewertet, nämlich dieser hier, das And prüft jetzt nämlich, ist der Wahrheitswert hier True und ist er hier True? Falls ja, dann ergibt das Ganze hier, was ich hier markiert habe, auch True. Falls nur einer False sein sollte oder beide False, dann ergibt das hier False. So und wenn das jetzt hier schon mal True ergeben sollte, weil beide Vergleiche eben True sind, naja, dann muss diese letzte Bedingung hier ja auch noch erfüllt sein. Das heißt, das And prüft, steht links True? Ja, hier steht True. Und dann prüft es eben hier, ist das True? Falls ja, dann ergibt das auch True. Und dann ist das Gesamtergebnis True. Und somit springen wir hier in diesen If-Block rein und das wird ausgeführt. Sollte nur eine Bedingung hier oben False sein, wird das Ganze zu False ausgewertet und dann wird eben das hier ausgeführt. Und das war es auch schon. Jetzt, wo du diese drei logischen Operatoren kennengelernt hast, würde ich dir jetzt mal empfehlen, selbst einmal die Entwicklungsumgebung zu öffnen und mit ein paar Beispielbedingungen herum zu experimentieren. Wir haben jetzt hier im Beispiel gerade nur das logische And genommen. Du kannst aber jetzt auch mal das logische Oder beziehungsweise den Nicht-Operator verwenden. Und so kriegst du am schnellsten ein Gefühl dafür, wie diese Operatoren funktionieren und zusammenspielen. Anfangs kann es nämlich sehr verwirrend klingen. Das ist mir bewusst, weil es eben hier nur auf dieser Logikebene alles passiert, ist etwas wahr oder false. Und dann wird das alles immer weiter runtergebrochen. Aber wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, dann verspreche ich dir, du wirst es sehr schnell aus dem FF beherrschen und dann kannst du dir jede noch so komplexe Bedingung für deine Programme zusammenbauen. Der Aufwand lohnt sich also definitiv. Falls dir das Video jetzt hier gefallen hat und du was lernen konntest, dann gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben und wir würden uns super darüber freuen, wenn du uns noch einen netten Kommentar da lässt. Natürlich freuen wir uns genauso darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst und du hast dadurch auch den großen Vorteil, dass du dieses Video jederzeit wieder finden kannst und zudem auch kein zukünftiges Video mehr von uns verpasst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann freue ich mich schon darauf, dich bald im nächsten Video erneut begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Ciao. Ciao.